So, Hallöchen! Let's Play Minecraft, da sind wir wieder zu einer neuen Aufnahme, die eigentlich jetzt nur eine Stunde nach der anderen Aufnahme liegt. Ich hab den Spielstand jetzt, glaube ich, wieder hinbekommen. Hab dafür auch Zeugen, meine Stream-Zuschauer. Bin ganz schön rumgeflogen. Und jetzt können wir endlich weiterspielen. Mit dem weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich unser Tropfstein-Gedöns. Dann kann ich mich nämlich noch erinnern. Als wir das das letzte Mal gemacht haben, ist dabei das Internet gestorben und dann war ich total sauer. Und ja, vor allem ist es jetzt natürlich unpraktisch, weil wahrscheinlich die Hälfte der Sachen, die wir brauchen bei Tina, im Inventar rumliegen. Naja, wird schon irgendwie schief gehen, äh, klappen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie hatten wir das gemacht? Ja, das ist ja doch schon ein Weilchen her. Okay, wir hatten hier diese Lücken drin. Ja, hier würde ich das jetzt dann genau so machen. Und wir nehmen erst mal das Wetzeln-Gedöns hier raus. Stimmt, hier waren ja, glaube ich, sogar noch Kommandoblöcke drin. Warum sterben denn die Dinger? Wir müssen ja eh warten, bis die Tripstones gewachsen sind. Außer, wir gehen jetzt runter und buddeln uns nach neuen Drapstones. Davor würde ich jetzt noch gerne hier zumindest die Wetzeln-Sachen rausnehmen. Eine Höhlen-Erkundung in der guten alten Hauptstadt. Das hatten wir schon ewig nicht mehr. Das hatten wir seit der Beta nicht mehr. Warum fehlt hier eigentlich ein Block? So, da kommen dann die Dinger rein. In der Mitte kommt ein... In der Mitte kommt ein... Glatter Gang durch. Ich glaube, die Dinger kommen komplett raus. Na ja, genau, wir hatten da unten ja schon die Dinger reingesetzt, die äh... Fässer. Ne, äh... Sag schon, Kessel. Kessel. Ja, super. Wer hat euch denn bestellt? Dabei ist doch noch gar nicht so dunkel. Na doch, hier oben schon. Mal noch ein bisschen an der Sied hier irgendwo. Ah! Danke. Stimmt. So, ja, keiner meint, dass wir cheaten, aber den brauchten wir fein. So. Den hätte ich jetzt vergessen. Danke. 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 dann nehmen wir noch schnell die halbsteine heraus warum brennt ach ja regen und 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 Okay. Hier oben wird dann Lava reingefüllt. Das wäre schon schön, wenn wir das heute fertig kriegen würden. Das ist ja noch so ein, ich sag mal uninteressantes Projekt, das uns auf Dauer halt viel bringen wird. Und gerade Lava ist ja auch als Brennstoff nicht zu unterschätzen. Okay, das habe ich so gelassen, okay. Okay. Das haben wir hier noch ein bisschen. Davon brauchen wir dann noch ein bisschen was. Können wir uns dann ja was mitnehmen, wenn wir jetzt eh runtergehen. Obwohl, halt so viel fehlt ja auch nicht mehr. Na doch. Hier habe ich alles so mühsam rausgefrickelt und jetzt stellt sich fest, äh, stellt sich heraus, dass hätte alles hier bleiben können. Ja, es regnet, die Kessel füllt sich mit Wasser. Ja, schön. Dann haben wir den Sektor hier auf jeden Fall von oben schon mal fertig. Jetzt ja Verschwendung, wenn wir jetzt die Rohstoffe hier, die Halbsteine erst einlagern würden, um dann später weiter zu bauen. Deshalb machen wir das jetzt hier in einem Abwasch und suchen uns dann ein schönes Plätzchen zum Graben. Ich glaube, mit 41 kommen wir sogar noch hin. 15. 16, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19 15. Fünfzehn.